kümmerliche vorstellung ich bin diego ich bin diesmal unwichtig also aus dem weg ja und damit herzlich willkommen zu diesem gothic 1 naked run mit einigen besonderheiten diesmal sind wir zum beispiel gone ich bin gone und ich bin auch dabei gone ich glaube das wird ein ziemlich geiler run das glaube ich auch ich suche eine waffe bei der verlassenen mine weiter hinten im canyon müsstest du alte waffen finden aber macht bloß nicht den fehler und sie mit einer rostigen spitzhacke in den krieg die dinger sind schwer und langsam jetzt darf ich keinen schlechten deine mutter witz machen bei diesem run darf ich keine rüstung tragen und auch keine schutzwerte durchringe oder amulette dazu bekommen das hört sich jetzt erstmal nach keiner großen challenge an und war es auch in weiten teilen vielleicht nicht aber einige stellen waren dann doch recht knifflig warum seht ihr später im video eine weitere wenn auch kleine regel die ich mir auferlegt habe war dass ich nur zwei handwaffen benutzen wollte was soll ich sonst benutzen drei handwaffen wahrscheinlich wo soll es denn hingehen na da rein du bist doch nicht hergekommen um ärger zu machen oder doch ich will euch alle verprügeln gut du kannst reingehen die wo sagt dass du mir den job verschaffen kannst stimmt das wenn die go denkt du talkst was kann er sich auch mit dir umschlagen ich habe da mit die go gequatscht und er wollte dass ich ihm irgendeine liste besorge von irgend soem ihren oder so vielleicht ihren meckellen ist das nicht der typ der gandalf spielt schon aber ich glaube nicht dass wir zu dem müssen wieso kann doch sein ja torus hat gesagt du sollst mich zum neuen lager bringen so dann sagt doch den leuten sie sollen jemanden schicken der ihren willen auch durchsetzt gorn hatte zum glück zwei schlagkräftige argumente die mordrak davon überzeugten uns zum neuen lager zu bringen ja meine guten alten fäuste so hier sind wir wenn du durch das tor gehst du durch das tor bin ich aber nicht gegangen ich bin erst mal zur alten mine gelaufen in der alten mine habe ich den buddlern geholfen die wachen zu verarschen ich habe ein bisschen erz gestohlen und zum schluss habe ich dann auch noch ihren getroffen wie sieht's aus ich schlage dir ein geschäft vor wenn du aaron dazu kriegst dass er von der truhe abhaut dann gebe ich dir zehn erz ihn oder wie der heißt der schickt mich was will er denn keine ahnung ich kenne den kerr nicht dann werde ich mal zu ihm gehen alles meins alles meins ich zeige euch meinen coolen trick und hopp ein kinderspiel 50 erz gibt mir den schlüssel überaus großzügig hier ist der schlüssel und nimm auch diesen ring mir hat er immer glück gebracht stärke ring nice hey du wenn du mich noch einmal so verarschst dann gibt's eine ordentliche tracht prügel verstanden hey du es gab gar kein gebratenes fleisch guck mal daneben dir was ist das denn fleisch die wo schickt mich schmeiß mal die liste rüber alles klar hier ist die liste sie soll sich mit dem liefern beeilen in der alten mine war ich fürs erste fertig und es ging zum neuen lager hey du neu hier was auf den reißfeldern brauchen wir noch jemanden der den bauern wasser bringt da kannst du dir direkt ein paar freunde machen was denkst du bring dein wasser selbst rum so geht man aber nicht mit freunden um ich glaube ich muss dir mal manieren beibringen nichts wie weg hier ah der kerl ist ja komplett irre hast du vor durch dies tor zu gehen nee ich wollte stehen bleiben wo willst du denn hin na da rein vergiss es nimm das ich gehe jetzt rein ein wahres wort du kannst reingehen was kannst du mir über den reißen ort sagen er ist ein verdammtes schwein gib her das kraut ich verteile die dinge ich will bei euch mitmachen so was hast du denn vorzuweisen ich hatte einiges vorzuweisen ich hatte mordraks ring und die bedarfsliste der alten mine und das gold von balisidro habe ich auch noch besorgt willst du ärger haben schnauze ich bin don siehst mir ganz in ordnung aus bring mir bei wie ich leute verprügeln kann gut ich habe geschworen nie wieder jemanden anzugreifen aber nicht es niemandem beizubringen so hier bin ich erstmal durch um im neuen lager beizutreten musste ich stufe 5 erreichen und deshalb bin ich zurück ins alte lager gegangen und hab da noch einige quests erledigt ich hab die liste von diesen typen da aber laris der anführer der banditen hatte die liste auch kurz nicht schlimm oder gut gemacht das bringt dir einige plus punkte ein deine kampfkraft ist um einiges gestiegen der banditen heini ist weg lieber wär mir gewesen du hättest ihn umgelegt nachdem ich im alten lager einige quests erledigt hatte bin ich ins ork gebiet gereist und hab mir dort die alte schäbige streitaxt besorgt besser als ne spitzhacke und mit meiner neuen waffe habe ich den orks erstmal gezeigt welche der boss ist dann wollen wir mal möge der bessere gewinnen nachdem ich mich ein bisschen mit den orks geprügelt habe kam ich zurück zum alten lager und hab mich dort mit den menschen geprügelt du bist doch nur hier weil dich im neuen lager alle verprügelt haben außerdem bist du doof was diego wurde noch stärker gelernt mit dem guten trick 17 ging es in die burg ich hab die magier besucht ich hab ihnen brief aber leider ist er schon ein bisschen verknittert bist du ein boot aus der außenwelt ich bin gone hey wo willst du hin bei den magiern habe ich mir dann noch einen zweiten stärkerin besorgt dann bin ich ins haus der erzbarone geschlendert wieder mit trick 17 weg mit der und hier habe ich mir die ganzen elixiere des lebens stibitzt lecker schmeckt wie wie ketchup nach meiner kleinen liebestour bin ich zurück zum neuen lager gelaufen kann ich jetzt endlich mitmachen das will ich meinen und ich habe sogar ein geschenk für dich eine bessere Rüstung ich habe haut aus stahl wie kommt es dass du überall rum erzählst dass du gone bist wer sagt dass es so war nachdem ich einen doppelgänger von mir getroffen habe war es nun an der zeit zum sumpflager aufzubrechen dort gab es wohl eine art große sache und die bruderschaft brauchte hilfe unsere bruderschaft plant etwas ganz großes lässt das schwester schickt mich ich soll mich hier nützlich machen oder so läster ist vertrauenswürdig ich kenne ihn du kannst passieren sei gegrüßt meister iberius ich heiße iberian doch ist doch alles das gleiche schil mal und ich dachte nun gut meister iberius wollte dass man ihnen einen sogenannten focus stein besorgt und dieser war in den händen eines durchgeknallten novizen rück den focus raus du fresse meiner ich hab den novizen verkloppt gut gemacht jetzt bring den focus zu hardcore kalom iberius schickt mich ich habe den focus ah der focus dieser kalom hat dann erzählt dass er noch sekret braucht und das findet man wohl bei minecrawlern und minecrawler gibt es in der alten mine und deshalb bin ich noch mal zur alten mine gelaufen es muss hier irgendwo ein nest der krabbeldiener geben ich habe jetzt keine zeit mich darum zu kümmern unser stampfer ist kaputt vor ein paar stunden ist das zahnrad gebrochen ich habe noch keine idee wo ich ein neues herbekommen kann besorgt mir doch einfach eins dann kümmere ich mich um dein problem zahnrad besorgen kein problem ich habe das ding hey gut gemacht askan mach mal tor auf tor soll auf sein in ordnung dann öffne du den schacht der tanz kann beginnen hau rück diese alte streitachs ist wirklich overpowered ich hab die minecrawler fast one hit gemacht aber was war zu erwarten ich meine wir sind gone so sieht's aus nachdem die ganzen minecrawler hier vorne verhackstückelt waren ging's weiter in die tiefen der mine und dann am ende des dunklen schachtes fand ich sie die minecrawler königin jetzt die tower wie soll ich die ganzen dicken eier eigentlich in meine buchse stecken da sind doch schon zwei nachdem das dicke schwabbelmonster tot war war es nun an der zeit gegen eine ganze goblin horde zu kämpfen kommt her ihr kleinen bengel ja gegen diese kleinen scheißkerle zu kämpfen war gar nicht so einfach die haben nämlich ganz schön viel schaden gemacht nie ja aber ja ja Das hast du verdient, Mistkerl. So, den Scheiß hätten wir schon mal. Nachdem die ganze Goblinschar abgemetzelt war und ich die Eier und den Eimer nach in meiner Tasche hatte, ging's zurück zur Bruderschaft. Ich hab dicke Eier und ein Buch. Gute Arbeit. Du hast alles besorgt, was wir brauchen. Ich werde jetzt die letzten Vorbereitungen treffen. Wer ist weg? Der Guru Balukor. Ja, das war kein guter Tag für die Bruderschaft. Meister Iberius ist in einen tiefen Schlaf gefallen und unmittelbar nach ihrer kleinen Party ist auch noch ein Guru samt Templern verschwunden. Und ich sollte die ganzen Leute suchen. Der Anführer der Templer ging davon aus, dass sich die Truppe in einem nahegelegenen Ork-Club verirrt hat. Also bin ich mal rein in die gute Stube und hab mal geguckt, was da so los ist. Jetzt wird gefeiert! Wo sind die Templer? Wo ist der Guru? Ey, ihr Penner! Wo sind die ganzen Leute? Euer Club ist scheiße! Und eure Mucka auch! Ha! Danke für deine Hilfe. Du bist wirklich in letzter Sekunde gekommen. Einer der beiden Typen erklärte sich irgendwann bereit, mir zu folgen und wir durchsuchten den Ork-Club nach weiteren Überlebenden. Hier ist der VIP-Bereich. Nein, das darf nicht wahr sein. Hier gibt es nichts außer Staub und Gebein. Was hast du erwartet? Nein! Meister, sprich zu mir! Schläfer, offenbare dich! Nein! Bruder, iss mal lieber ne Wurst. Ich war im Ork-Club. Er ist voll Kacke. Was ist mit Balokor und den Templern? Sie sind alle doof. Tot? Doof! Nach den kleinen Missverständnissen mit Anga sollte ich für Meister Iberius ein paar Heilkräuter besorgen. Ich habe die Heilkräuter für Iberius. Gut gemacht. Als du unterwegs warst, ist Iberion kurzzeitig erwacht. Ja? Ja. Er sagte, dass der Schläfer nicht der ist, für den wir ihn halten. Wir dürfen nicht weiter versuchen, ihn zu erwecken. Jetzt können wir nur noch hoffen, dass es noch nicht zu spät für Iberion ist. Wer ist denn jetzt auf einmal Iberion? Iberion ist Iberion. Unser geistiger Handführer ist Iberion. So roll. Geh zu den Wassermagiern. Ja, ich bin dann zu den Wassermagiern gegangen. Die Bruderschaft ist ein bisschen weird. Hey du! Ich habe dir doch gesagt, du sollst den Bauern Wasser bringen. Ich mag es nicht, wenn man mir Sachen verspricht und sie dann nicht hält. Ich habe dir nichts versprochen. Der hat genug. Ganz ruhig. Alles im Aufen. Willst du auch ein paar? Der Kampf ist entschieden. Ha, du bist es. Mein Freund Lester aus dem Sumpflager hat mir erzählt, was du dort alles vollbracht hast. Für jemanden, der noch nicht so lange hier ist, hast du es schon weit gebracht. Ich weiß. Ich bin eben cool. Was könnte schon so wichtig sein, dass unser spiritueller Anführer seine wertvollen Studien dafür unterbrechen sollte? Er ist mein Onkel. Onkel Sati. Ja, und sonst Videos sind ein Like wert. Das stimmt. Du kannst passieren. Muss man wissen. Äh. Hast du was zu tun? Ich suche Arbeit. Wir benötigen vorher die vier restlichen Fokussteine. Dummerweise befindet sich kein einziger dieser vier magischen Steine in unserem Besitz. Ich suche diese Steine. Aber ich will Kohle sehen. Freundchen. Ja, die Fokussuche stand an. Ich habe mir bei Reordian die Tränke abgeholt und danach war ich bei Lee, bin Söldner geworden und habe den Zweierkampf gelernt. Ich will frei sein. Oder so. Wir werden uns unsere Freiheit zurückholen. Und ich dachte, es ist mittlerweile mal Zeit für eine bessere Waffe. Und deswegen habe ich Lee zusammengeschlagen. Langweiliger Kampf. Da hast du noch mal Glück gehabt. Ich will mich verbessern. Ich kann dir nichts beibringen. Du hast nicht genug Erfahrung. Am guten Kronos habe ich mir noch einen zweiten guten Stärke-Ring gekauft und ein Stärke-Amulett. Kann ich da mal vorbei? Nein. Kann ich da mal vorbei? Ja, sofort. Kann ich da mal... Der nervt. Ja, das sind schon gute Stärke-Werte für Level 11. Kannst du meine Unterhosen waschen? Ich kümmere mich drum. Mach dir keine Sorgen. Nachdem ich Lefty ein bisschen schikaniert hatte, bin ich weitergezogen und habe Snapper verprügelt. Sei gegrüßt. Mein Freund Lester aus dem Sumpflager hat mir von deinen großen Taten dort erzählt. Ich bin beeindruckt. Du bist sehr stark geworden. Ich war schon immer stark. Ja, ja. Immer bescheiden, was? Mit dem Jude Law Verschnitt habe ich mir dann die Gruft angeguckt und ganz viele Untote vermögelt. Wenn man, wie in meinem Fall, einen hohen Schaden verursachen kann, dann kann man auch den Rüstungswert des Wächters durchbrechen. Und man braucht da nicht die Spruchrolle von Milton, um den Wächter zu töten. Sehr gut. Du hast den Talisman. Ich behalte ihn selber. Ha! Danke, mein Freund. Den ersten Fokusstein hatte ich. Aber drei fehlten noch. In diesem Run war ich wirklich eine Glass Cannon. Die meisten Gegner habe ich mittlerweile One-Hit gemacht, aber ich durfte mich nicht treffen lassen, weil mir die Gegner auch sehr viel Schaden zugefügt haben. Hey, ich dachte, du wärst tot. Bisher bin ich lebendig. Seit unserem ersten Treffen ist einiges passiert. Das ist sehr richtig. Mittlerweile war ich so stark, dass ich ein Troll verprügeln konnte. Das war fantastisch. Mann, du hast ja einiges drauf. Der alte Diego hat mir dann noch geholfen, ein unlogisches Windensystem zu überwinden und ich habe mich mit hysterischen Mädels geprügelt. Komm zu, Papa. Habe ich einen geilen Körper? Ja. Du bist am Ende deiner Möglichkeiten. Du solltest etwas anderes lernen. Fokus Nummer zwei gehörte jetzt auch mir. Dorn, wo bewahrst du eigentlich die ganzen Sachen auf? Du hast ja nur eine Unterbuchse an. Tja. Ich glaube, alle denken gerade an die gleiche Sache. Ich habe einen magischen unsichtbaren Rucksack. Ist doch klar. Hallo, Neuer. Wie du siehst, ist die Kolonie ein kleiner Ort. Man läuft sich hier. Man läuft sich hier ständig über den Weg. Hallo, falscher Gorn. Ich suche einen magischen Fokus. Was du suchst, befindet sich vielleicht innerhalb der Klosterruinen dort, jenseits der Schlucht. Zusammen mit dem falschen Gorn ging es dann auf eine kleine Erkundungstour durch das Gebiet beim Kloster. Doch als ich über den Baumstumpf balancierte, verlor ich den anderen Gorn aus den Augen. Er hatte wohl Angst vor den Snappern. Es ging also ohne meinen Doppelgänger weiter und ich nutzte meine enorme Sprungkraft aus, um dieses Hindernis hier zu überwinden und das Tor zu öffnen. Ich verprügelte weiteres Snapper, jagte einen Schattenläufer und fand letztendlich auch den dritten Fokustein in einer Truhe. Mein Doppelgänger jedoch war verschollen und ich konnte ihn nicht mehr finden. Also setzte ich meine Reise fort und suchte den letzten Fokustein. Ich überquerte eine Brücke und der Sektenbruder Lester half mir, diese Steinungetüm hier zu besiegen. Hey, was machst du denn hier? Was ich hier mache? Mit dir zusammen die Felsenfestung erkunden natürlich. Zusammen räucherten wir die Festung aus und verprügelten alle Schreihälse. Ich fand eine Urkunde und den Fokustein. Aua! Nun haben wir beide, was wir wollten. Ja, mehr oder weniger schon. Und ich konnte zurück zu den Wassermagiern. War's das jetzt? Hast du alles? Wir haben jetzt alle Artefakte zusammen, die unser großes Vorhaben benötigt. Doch die Erschaffung der Barriere wurde von zwölf Magiern durchgeführt. Um die gewaltigen Energien zu kontrollieren und in die richtigen Bahnen lenken zu können, sind wir Wassermagier nicht genug. Was laberst du da? Satoras wollte, dass ich nochmal mit den Feuermagiern quatsche. Also bin ich nochmal Richtung altes Lager gelaufen. Hey, bring mal zwei Handkampf bei. Ändere zunächst deine Grundhaltung. Halte das Schwert aufrecht. Fasse den Griff mit beiden Händen und halte es seitlich am Körper. Unterwegs habe ich dann noch einen netten Gardisten getroffen, der mir ein Amulett der Stärke verkauft hat. Hey, pssst, sei ganz leise. Warum soll ich leise sein? Hast du es noch nicht gehört? Was denn? Die eingestürzte alte Mine, die Ermordung der Feuermagier und die Pläne für den Überfall auf die freie Mine. Was? Was laberst du? Gut, dass du wieder zurück bist. Es ist etwas Schreckliches passiert. Lass mich raten. Die freie Mine ist voller roter Männchen, oder? Moment, woher? Aber natürlich. Du hast es im alten Lager erfahren. Ich werde zum komischen Magier aufbrechen und Hallo sagen. Er ist der Einzige, der uns jetzt noch helfen kann. Ja, und so machte ich mich erneut auf ins Ork-Gebiet, um den komischen Magier aufzusuchen. Doch da gab es ein kleines Problem. Die Golems. Die sind unverwundener. Scheiße, ey! Ja, aber immerhin ist das die Gothic. Und es gibt die Gothic-Community. Und die hat schon herausgefunden, wie man die Dinger tötet. Und das auch ohne selbst Hand anzulegen. Es ist aber gar nicht so einfach. Zuerst muss man es schaffen, dass der Eisgolem den Feuergolem tötet. Leider macht der Eisblock beim Feuergolem keinen Schaden und einfrieren kann er ihn auch nicht. Das heißt, man muss auf die Eispfeile zurückgreifen, die der Eisgolem auch abschießen kann. Dafür muss man sich aber selbst einfrieren lassen. Und der Feuergolem muss sich so positionieren, dass er zwischen dir und dem Eisgolem steht, sodass der Eisgolem ihn abschießen kann. Ja, und eben genau das ist der schwierige Part. Also wenn ihr das nachmachen wollt, dann bringt viel Geduld mit. Also wenn ihr das nachmachen könnt, dass der Eisgolem ist. Ja, und das hier war dann der finale Versuch, wie endlich der Feuergolem gestorben ist. Erst sah es so aus, als ob ich einfach verrecke, und dann hat sich der Feuergolem hinter den Eisgolem so positioniert, dass er irgendwie von den Eisfallen getroffen wurde, und ich habe ganz knapp überlebt. Aber auch nur, weil ich ganz schnell Heiltränke getrunken habe, sonst hätte ich das nicht überlebt. Ja, und jetzt kommt der andere schwierige Part, wie tötet man den Eisgolem, ohne selbst Feuerschaden zu machen. Ja, man fragt einfach die Feuerwarane, ob sie das für einen erledigen. Hört sich aber einfacher an, als es ist. Irgendwann waren zwei von den Feuerwaranen da, und ich habe sie versucht, zum Eisgolem zu locken. Leider verstehen sich Feuerwarane und Eisgolems ziemlich gut und greifen sich nicht gegenseitig an. Deswegen muss man da ein bisschen tricksen. Man muss also dafür sorgen, dass der Eisgolem Waran 1 anschießt, während Waran 2 zuguckt. Waran 2 wird dann sauer und greift den Eisgolem an. Zumindest in der Theorie. Ich glaube, wir alle wissen, dass die Gothic-KI ein bisschen random sein kann, und dass das alles nicht so klappt, wie man sich das vorstellt. Deswegen hat das Ganze hier auch eine ziemliche Weile gedauert. Ja, und hier hatte ich mal wieder wahnsinniges Glück. Ich wurde eingefroren, und der Eisgolem wollte seinen Eisfall zücken, mich anschießen, hat aber den Feuerwaran angeschossen und wurde gegrillt. Ach du Scheiße, weg hier! Dann habe ich kurz den Steingolem weggelockt, damit ich in Ruhe den Feuerwaran töten kann, und habe die Golemherzen eingesammelt. Ja, und dann war da noch der Steingolem, und da habe ich ein bisschen rumprobiert. Ich dachte, vielleicht kann ihn ein Schattenläufer verprügeln. Kann er nicht. Ja, die Lösung für mich war es dann, den Steingolem zum neuen Lager zu locken. Die Söldner haben ja einen Steinbrecher, und die können ihn damit umhauen. Ja, und so waren die Golems dann auch mal tot. Die Golems waren tot, und ich konnte nun endlich zum Magier gehen. Äh, Moment mal. Wer quatscht mich da an? Laberst du mich hier voll? Geh zu Xardas! Wer wagt es, meine Studien zu unterbrechen? Hallo, ich bin Don. Ich will deinen Namen nicht wissen. Er ist unwichtig. Wichtig ist nur, dass du der Erste seit vielen Jahren bist, der meine Golem-Rätsel gelöst hat. Deine Golems sind doof. Richtig unnötig. Nach einigen kurzen Streitigkeiten über seine Golems hat Xardas mich zu einem Ork geschickt. Dieser Ork war jedoch ein bisschen im Bedrängnis. Deshalb half ich ihm. Wer bist du? Name Urshak, sein Sohn von Geist. Cool. Xardas sagt, du hast heiße Informationen. Ja, und die hatte er auch. Urshak hat auf seinen Kollegen verwiesen, der einem ein Ulu-Mulu bauen kann. Keine Ahnung, was das ist oder was das bringt. Aber ich will es. Gorn, da bin ich ganz bei dir. Schön, dass wir uns verstehen. Du kommst gerade richtig. Vorsicht, Razors! Die arbeiten genauso in Rudeln wie die Snapper. Nur, dass sie viel heftiger zubeißen. Wie kann der Doppelgänger Gorn eigentlich die Reizer sehen? Du meinst die Razor? Ja, ich kann das Wort nicht so gut aussprechen. Reizer! Ach, mach dir nichts draus. Dafür kannst du kämpfen. Das ist wahr. Weg mit der Waffe, weg damit! Kann ich da mal vorbei? Weg mit der Waffe, weg damit! Kommt dran, Kabelviecher! Taroq brauchen Hilfe! Taroq verletzt! Ein Mistvieh weniger! Was haben wir denn hier? Hier! Trink den Whisky! Fremder nicht böse wie andere Menschen! Fremder gut! Um das Ulumulu herzustellen, brauchte Taroq noch einige Tiertrophäen. Also bin ich durch die Kolonie gestreift und habe die ganzen Teile besorgt. Ich habe alles auftreiben können. Hier! Fremder seien starker Krieger. Geben Teile! Taroq machen! Ulumulu! Mit dem Ulumulu war es mir jetzt möglich, die Orkstadt zu bereisen. Unter der Orkstadt war ein riesiger unterirdischer Tempel und da habe ich mich erstmal in Ruhe umgeschaut und gegen Untote erkämpft. Dann habe ich noch Schalter gedrückt und auch Schalter gedreht und ich habe sehr sympathische Orks getroffen, die schon lange hätten tot sein sollen. Wenn man das Ulumulu trägt, greifen einen die untoten Orkschamanen nicht direkt an und das kann man zu seinem Vorteil nutzen und schon mal die ersten Schläge machen. Trotzdem war das hier eine sehr knappe Angelegenheit. Ich hatte ja keine Rüstung. Sterblicher! Selbersterblicher! Ja, und um jetzt weiterzukommen, braucht man ja einen Bogen. Man kommt eben nicht in diesen Raum rein. Zumindest weiß ich nicht, wie man sich da reinglitschen kann. Mit einer Verwandlungsspruchrolle würde das beispielsweise gehen, aber das wäre ja genauso gegen die Regeln. Von daher habe ich einfach einen Bogen benutzt. Kann mir eigentlich einer erklären, warum NPC-Zweihandkämpfer eine so unglaublich schnelle Laufattacke haben? Mann, der cheatet doch! Oh, ein Schwert! Und das ist die anderen Wärmeberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberbergerberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberber Diese Methode, um den letzten untoten Org-Schamanen zu töten, wollte ich auch mal ausprobieren. Wenn man jetzt einmal außer Reichweite geht, dann spawnt die Leiche des Org-Schamanen am Platz, wo er ursprünglich steht. Das komische Schwert, was ich im Tempel gefunden habe, konnte man wohl aufladen. Xandas suchte nach einer Formel und ich suchte nach einer Rüstung, die ich niemals tragen würde. Ah, wie ich sehe, hast du die Erzrüstung gefunden. Hä? Wie kannst du das denn sehen? Sie gehörte dem Feldherrn, der einst Uri-Ziel in die Schlacht gegen die Orgs führte. War sein Zufall aber auch. Danke fürs Schwert aufladen, Milton. Xandas Plan hat geklappt. Ich hab Uri geladen. Was jetzt? Unglaublich. Das Schwert hat seine alten Kräfte wieder gewonnen. Nun führst du eine wahrhaft mächtige Waffe. Ja, und jetzt gab es nur noch eine Aufgabe. Ich musste den bösen Obermatz mit meinem Superschwert verprügeln. Das war auf jeden Fall mal wieder ein ziemlich lustiger Run. In Gothic 1 ist es auch jetzt nicht wirklich eine große Herausforderung, ohne Rüstung das Spiel durchzuspielen. Pro Levelaufstieg bekommt man Lebenspunkte und man bekommt ja sehr schnell sehr viele Level-Ups, weil Gothic nicht mit Erfahrung geizt. Außerdem findet man noch genug permanente Tränke, die die Lebensenergie auch noch weiter erhöhen und und und. Das Ganze hier als Gorn zu machen hat mir besonders viel Spaß gemacht. Das war meine gelungene Abwechslung und gerade hier im Schnitt konnte ich mich richtig austoben. War zwar viel Arbeit, aber ich denke, es hat sich gelohnt. Was meinst du, Gorn? Was? Hab nicht zugehört. Wir haben nicht viel Zeit, also höre mir genau zu. Ich mache, was ich will. Der Schläfer ist nicht mehr weit. Ich musste all meine Kraft aufbringen, um zu dir zu gelangen. Jorgen, Sohn. Wer ist denn jetzt schon wieder der Schläfer? Was redet Xardas? Sorry, diesmal bin ich nicht aufgepasst, was? Ach, egal. Die letzten apokalyptischen Templer wurden ausgeschaltet und ich hatte mal wieder das Phänomen, dass mich Korkalom und seine Jünger nicht angegriffen haben. Weiß jemand, warum das passiert? Das hatte ich schon mal in meinem Fist-Only-Run. Er kann deine Ehe spüren. Ich verstehe dich ganz schlecht von hier hinten. Ja, die Herzen wurden durchbohrt, die Dämonen verprügelt und das war's dann auch eigentlich schon mit diesem Run. Ich würde mal sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ich freue mich auf euer Feedback. Hallo! Was macht ihr hier? Wollt ihr nicht kämpfen? Okay, dann mach ich jetzt Schluss. Hallo, ihr Gothic-süchtigen. Tja, das Video ist wohl schon vorbei. Aber macht nichts. Hier an der Seite findet ihr noch andere neise Sachen. Einfach mal abchecken. Haut rein, Leute!